Sehr volatile und auch seitwärts laufende Märkte bringen Anleger dazu, von Fondsanteilen und Aktien mehr und mehr auf P2P-Kredite umzuschichten. Heute wollen wir uns anschauen, für welche Anleger sich das wirklich lohnt und für welche auch nicht. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von Northern Finance. Mein Name ist Alex. Und dieses Video ist in mehrere Teile unterteilt. Zunächst habe ich für dich die Ausgangslage mitgebracht. Wie sieht es aktuell an der Börse aus und wieso gibt es diesen Run auf P2P? Danach habe ich für dich die Personas mitgebracht. Das sind einfach mehrere Investorenprofile, wo mal aufgezeigt wird, wie könnten diese Leute investieren, was würde in deren ihrer Situation aus meiner Sicht Sinn machen. Und als letztes habe ich wie immer meine Meinung mitgebracht, in der ich einen kleinen Ausblick gebe. Fangen wir also mit der Ausgangslage an. Hier habe ich dir einen Chart von einem relativ populären ETF mitgebracht. Das ist der ComStage DAX ETF. Und hier werden die letzten 5 Jahre an Wertentwicklung angezeigt. Und während ein Fondsanteil am Anfang noch etwa 78 Euro gekostet hat, kostet er heute mehr als 120 Euro. Das ist also eine sehr positive Entwicklung, die wir hier langfristig sehen. Die letzten 12 Monate sah es aber deutlich schlechter aus. Denn wenn wir uns mal den Zeitraum vor allem ab Januar diesen Jahres anschauen, dann sehen wir, dass die Volatilität über die Strecke bis heute relativ hoch war und die Wertentwicklung an sich negativ. Und das ist so ein bisschen das Problem, denn dieses Jahr hat der DAX eine negative Performance hingelegt. Und die Volatilität, vor allem im Februar, als es diesen großen Kurssturz gab an weltweiten Börsen, war die Volatilität sehr hoch. Und dafür habe ich dir hier den sogenannten WIX-Index mitgebracht. Und hier im Februar gab es wirklich das Hoch. Seitdem ist dieser Index weiter und weiter gefallen. Allerdings bestehen politische Risiken weiterhin fort. Und die Börse will sich momentan nicht so wirklich erholen. Viele Anleger sind jetzt also verunsichert und wissen nicht ganz genau, was sie machen sollen. Denn das Ziel von allen Anlegern ist es ja, über einen langfristigen Zeitraum zu irgendeinem Punkt anzukommen und darauf wirklich hin zu sparen. Und jetzt wissen wir alle, dass diese Wertentwicklung nicht so optimal verläuft, wie ich sie hier eingezeichnet habe, sondern dass es immer wieder Hochs und Tiefs gibt. Und ja, es eine gewisse Differenz gibt zwischen dem, was man haben möchte an idealer Wertentwicklung und dem, was man am Ende hat. Es gibt also immer diese Differenz, diese Volatilität und die gehört auch dazu. Wenn man jetzt allerdings in Produkte investiert, die man vielleicht nicht kennt und deren Risiko man unterschätzt, dann kann diese Volatilität weitaus höher sein. Und ja, sich ein deutlich größerer Volatilitätsrahmen sozusagen bilden. Mit dem kann man sich dann nicht mehr wohlfühlen. Das kann schnell passieren, wenn man das Produkt vor allem nicht gekannt hat oder nicht richtig gekannt hat und davon überrascht ist. Aber wenn man sein Produkt wirklich gut kennt, zum Beispiel P2P, hier kenne ich mich sehr gut aus, dann weiß man, wie hoch kann die erwartete Volatilität sein und was ist nicht zu erwarten. Hier gilt es also, sich am Anfang gut zu informieren, um eine relativ geringe Volatilität zu haben und sein Ziel so zu erreichen, wie man es auch plant und eine gewisse Volatilität in Kauf nehmen zu können. Wir sehen hier also die Differenz, die ist wirklich wichtig. Und jetzt kann man natürlich diversifizieren, um zu sagen, ja, ich möchte nicht nur in Europa investiert sein, sondern ich möchte vielleicht auch in Amerika, in Nordamerika, Mexiko, Kanada, USA investiert sein. Dann werden diese beiden ETFs, die ich hier jetzt mal eingezeichnet habe, aber miteinander korrelieren und das nicht gerade wenig. Und jetzt kann man natürlich hingehen, um diese Korrelation, die ich eben durch diese roten Balken eingezeichnet habe, um die geringer zu machen, kann man jetzt natürlich in andere Assetklassen außer Aktien investieren, zum Beispiel Immobilien durch REITs oder in Corporate Bonds. Dann hat man aber, ja, ziemlich sicher, oder dann ist man sich ziemlich sicher, dass man in den Aktien trotzdem mehr Ertrag haben wird und in diesen anderen Anlageklassen doch erwarteterweise weniger Ertrag haben wird. Bei Corporate Bonds ist der Ertrag ja auch gedeckelt. Und jetzt kommt aber P2P und möchte wirklich die, ja, die fehlende Korrelation dieser anderen Anlageklassen nehmen. Und tatsächlich hat P2P in den letzten Jahren in Amerika nur eine Korrelation von 0,13 gehabt. Das heißt, oder das ist ein wirklich niedriger Wert, auf den kann ich jetzt leider in diesem Video nicht weiter eingehen. Das würde das Video so ein bisschen sprengen, aber ich habe unten einen Link mitgebracht, bei dem das Ganze nochmal deutlich ausführlicher beschrieben ist. Und man möchte jetzt diese geringe Korrelation nehmen und trotzdem einen relativ hohen Ertrag haben. Man hat natürlich auch damit ein etwas höheres Risiko. Und jetzt kann man, ja, für sich ein Portfolio aufbauen und entscheiden, wie viel möchte ich in was investieren. Man kann jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte weiterhin meinen Hauptteil in Aktien investieren. 75% meines Depots, ja, bilden Aktien, 10% Cash und 15% P2P-Kredite. So kann zum Beispiel die Persona von unserem ersten Investor Mark aussehen. Der hat für sich überlegt, dass das für ihn eine relativ gute Kombination ist und die nennen wir jetzt einfach mal ausgewogen. Dann können wir aber neben Mark noch André haben. Der ist dieser Typ hier mit der Sonnenbrille und der möchte wesentlich, ja, wesentlich offensiver vorgehen und hat sich gesagt, nein, ich möchte nur 25% in Aktien investieren. Ich glaube, es gibt bald einen Crash. 25% in Cash und 50% in P2P-Kredite, da diese kaum mit Aktien korrelieren und ich trotzdem einen gewissen Ertrag haben möchte. Dieses Portfolio können wir zum Beispiel spekulativ nennen. Und hier sehen wir so ein bisschen den Unterschied, der sich schon bildet. Und wie möchte sich jeder, ja, sein Portfolio aufbauen? Das ist hier quasi die spannende Frage. Ja, und dann gibt es noch einen dritten Investor, nennen wir ihn einfach mal Helmut. Und Helmut hat tatsächlich folgende Konstellationen in seinem Depot. Er hat einmal die gesetzliche Rente und sein Depot und das sieht folgendermaßen aus. Hier hat er wirklich 90% in festverzinsliche Wertpapiere. Das können zum Beispiel Corporate Bonds sein, die allgemein eine geringe Schwankung haben. Und außerdem hat er 5% in Cash und 5% in P2P-Kredite. Da in so einem, ja, hohen Alter das Helmut jetzt einfach hat, wenn er in Rente ist, dann kann er nicht mehr viel Schwankung hinnehmen und möchte auch, ja, eine gewisse Rendite haben, die auch nicht wirklich schwankt. Und deswegen können wir dieses Portfolio defensiv nennen. Und jetzt kann man hingehen wie unser nächster Investor, das ist Andrea. Und Andrea schaut sich einfach verschiedene Konstellationen an, rechnet so ein bisschen durch, wie hoch die erwartete Volatilität ist und bildet sich einfach weiter und sucht sich von mehreren Portfolio-Variationen ihren Liebling aus, der am besten zu ihr passt, wo sie auch weiß, diese, ja, erwartete Varianz, dieses erwartete Ergebnis an Rendite, das passt zu mir und ich nehme es auch hin, wenn es mal ordentlich kracht, ich aber am Ende trotzdem mehr verdienen werde. Und so kann von diesen vieren Investoren Andrea am Ende die erfolgreichste sein, weil sie vielleicht die größte finanzielle Bildung hat. Ja, und das Ganze ist so ein bisschen der springende Punkt von heute. Man soll sich einfach bewusst machen oder heute mal wieder bewusst machen, wie ist eigentlich meine Konstellation im Portfolio, wie viel investiere ich wirklich in bestimmte Asset-Klassen und fühle ich mich damit wohl, was ist sozusagen die erwartete Volatilität, die ich habe und kann ich wirklich damit leben oder werde ich dann, wenn es mal kracht, wirklich verkaufen und einen heftigen Verlust dadurch einfahren, weil ich mir vorher keine Gedanken gemacht habe. Und das ist schon der Meinungspart, denn P2P ist nicht nur da, um, ja, eine Anlageklasse zu haben, die nicht korreliert und einfach davon ein bisschen was ins Portfolio zu scheffeln, denn P2P hat immer noch ein hohes Risiko, wie auch Aktien ein hohes Risiko haben. Und es gilt sich immer wieder bewusst zu machen, mit was komme ich wirklich klar und mit was auch nicht und dementsprechend die Gewichtung wirklich anzupassen. Und darum geht es auch bei Northern Finance, die finanzielle Bildung immer weiter zu erhöhen und nicht stehen zu bleiben. Die Welt dreht sich weiter, auch in P2P, deswegen laufe mit und bleibe nicht stehen, bleibe nicht auf deinem alten Wissensstand. Und das ist nicht nur möglich, indem du uns jetzt ein Abo dalässt, sondern auch indem du unserer Facebook-Community beitrittst, die ich dir unten in der Videobeschreibung verlinkt habe. In dieser Facebook-Community kannst du dich mit anderen Investoren austauschen und unabhängig von dem jeweiligen Video einen Kommentar hinterlassen, eine Frage hinterlassen oder einen neuen Thread eröffnen. Außerdem gibt es den Vorteil in dieser Community, dass jedes Video ein paar Stunden früher, ja quasi, zur Verfügung gestellt wird, als auf YouTube veröffentlicht wird. Also, wer früh dabei sein will und vor den anderen das Video sehen will, der kann jetzt auch der Facebook-Community beitreten und das so machen. Ansonsten, ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Für mehr, lass uns jetzt ein Abo da, denn ich poste jeden Sonntag um 18 Uhr ein neues Video zum Thema P2P und finanzielle Bildung. Außerdem lass uns einen Daumen nach oben da, wenn es dir gefallen hat und teil das Video gern mit deinen Freunden. Hier ist unser letztes Video und unsere Empfehlung für dich.